Was kann man hier alles sehen außer Schnee? Einmal haben wir einen Blick auf den Bodenschneid. Hier können wir das Gipfelkreuz sehen. Bodenschneid. Leider in den Wolken momentan. Wenn wir hier rüber schauen, sehen wir den Blankenstein, den Risserkogel. Vielleicht kann man es ein bisschen erkennen. Blankenstein ist rechts, Risserkogel ist längs. Das kann man noch sehen. Einmal Ross und Buchstein. Rosskopf, Schwarzkopf und noch einen anderen Kopf. Direkt dahinter sehen wir den Schinder, deutscher und österreichischer Schinder. Und dann da drüben sehen wir Sonnenwendjoch und die Rotwand. Und da oben die Brecherspitze.